Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite auf meinem MeinKings Kanal. Ja, hi. Heute machen wir eine Challenge, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt. Und zwar die random, beziehungsweise die zufällige Siegesgleiter-Challenge. Und zwar, die Challenge erklärt sich eigentlich von alleine. Ihr seht schon, die Gleiter sind auf zufällig gestellt. Das heißt, wir haben uns Favoriten festgelegt in den verschiedenen Farben, wie der Waffenfarbe. Wenn wir den Regenschirm bekommen, beziehungsweise in meinem Fall jetzt, wenn ich den Regenschirm bekomme, graue Waffen. Wir wissen jetzt gerade noch gar nicht, was wir für Waffen spielen. Ich würde sagen, deswegen gehen wir entspannt. Ja, wir müssen entspannt jetzt immer. Ja, alles klar, ja. Ich habe grau. Ich auch. Oh nein. Also ich habe Pilze und doch, Pilze sind auch grau. Oh, ich habe auch eine Waffe und eine MP. Also eine Shotgun und eine MP. Also wir sind jetzt mit-heal-gegenständig. Aber wenn wir heal noch mit reinnehmen, das ist viel zu schwer, ne? Ja. Wir müssen es ja so schon mal schaffen, erst überhaupt zu gewinnen, ne? Das stimmt. Och. Reds. Der ist low. Gott, Alter, ich habe so nichts getroffen, ey. Da drüben ist ein Gegner. Wo denn? Ja, jetzt ist er tot. Ja, da ist der Gegner. Der hat nicht. Ne, ich habe einen genockt. Oh, da ist ein Gegner. Ja, Mann. Einer ist genockt. Hier ist einer. Oh. Oh, lol. Oh, 100 macht die. Ja, ich habe auch einen genockt. Da müssen die aber noch zwei Leute sein. Ja. Da kommen auch noch zwei. Ach, come on. Also ich habe meine Kinder gekillt. Ja, ich habe noch nicht. Oh, ich habe übel schon jetzt. Kein einzigen Alter, der vorne kommt noch mehr. Hilfe. Boah, wir haben fünf Kills. Ich habe fünf Kills. Ich auch. 0, 10 Kills. Die wird einer gebootet. Nein, der andere hat nicht gespawnt. Der kommt einer oben auf dem Dach. Oh, ja. Ja, der hat ein Jetpack. Oh, das gibt es wieder. Ja, ja. Das gibt es auf diesen Luftschiffen. Hat einen 90er. Wo ist er? Oh, nein. Hä, ich treffe den einfach nicht. Bin ich dumm? Ich denke, ich bin fast tot. Der hat nur 100 HP gezogen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich nehme mich gerade voll. Der zweite. Och, nee, der zweite hat mich. Come on, der ist so low. Ich habe ihm 100er Headshot gegeben. Die Healen, die Healen, die Healen. Oh. Nein, Red. Digga, der hat diese mythische Empie. Digga, was soll ich machen? Der macht mir 100 Damage gefühlt. Och, nein. Der hat mir gerade 200 HP weggeschossen, ne? Mit einem Magazin. Oh, Mann. So schade. Wo geht es hin, Red? Neue Runde, neues Glück. Wir fliegen irgendwie sehr scheiße, muss ich sagen. Ist so, ja. Wir fliegen halt mittig. Da gibt es halt keinen weit weg. Wollen wir gehen weg, Greasy? Ich habe blaue Waffen. Geheime Sache. Oh, nein. Das ist Gold. Oh, Gott, Leute. Das kann ja was werden. Aber du hast blau, oder? Ich habe blau. Ja, okay. Das ist geil, aber trotzdem. Ja, blau ist schon mal. Da können wir gerade arbeiten. Aber Joker-Runde können wir nicht nehmen, wegen dir. Was können wir nicht nehmen? Unsere Joker-Runde. Stimmt, ja. Ich habe keine Mets. Ich habe eine Waffe, aber ich kann die halt nicht benutzen. Ja, scheiße. Wieso pickaxe man die Leute und schlägt dreimal daneben? Oh, eine blaue Waffe. Es gibt es gar nicht. Darf man Granaten benutzen? Ich darf die auch benutzen. Ja, okay. Irgendwas Goldnes einfach mal aus der Kiste. Eine goldene Skar. Oh, ne, ist schon geil. Eine goldene Skar. Auch wenn es die nicht mehr gibt. Aber egal. Ne, aber die ist trotzdem in der Kiste drin. Ach, junge Grün. Mann. Ja, wenigstens blau wäre immer geil. Ja. Ich fliege ein epischer Rabe. Ja, aber die bespringt uns halt nichts. Die kannst du vielleicht aufwerten, aber die ist es trotzdem. Aufrüstbank oder so. Ich nehme sie es mal mit hier einfach. Dann habe ich die einfach mal dabei. Benutzen tue ich sie natürlich nicht. Ich ziehe durch. Ein Metz auch. Oh, ich fliege in die Fasch. Ich auch. Vielleicht gleich da ist ne Viking und nicht zu ganz weit unten vielleicht. Ja, ich weiß. Bin ein bisschen weiter unten. Der Kopfgeld ist halt mit dem Grizzikruf. Komm schon, stirb. Ja. Ja. Ja, ohne Schrotflinze fallen. Ja, nice, Alter. Wichtig und richtig. Ah, ich habe Grenades. Wir haben ja Granaten. Ja, ja. Ja, okay. Ich bin fast rot. Was trifft ihr denn, Alter? Oh, jetzt habe ich auch so eine Splash geschossen. Oh, er hat die Fakten hit kassiert. Hä, wo ist er? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach geholt. Er hat auch ne MP, ne epische. Ich nehme die jetzt auch mit. Dann kann ich maybe... Er hat mich so gut getroffen, Junge. Ist ja ein bisschen dangerous, aber müssen wir machen halt. Oh nee, da kommt jemand angeflogen. Oh mein Gott. 230er. Das sind zwei. Zieh durch mit deiner Granate. Oh, okay. Oh mein Gott. Alter. Ah, wieso kommt hier einer aus dem Himmel? Alter, ich bin halt einfach so low. Da ist ne Kiste, bitte. Nein, ich bekomme keinen hier. Das ist so klar. Wo bist du? Ich bin irgendwo hier. Ich komme mal zu dir, ja? Ja, moin, die sind bei mir. Ja, was willst du machen? Oh, sag das doch eher. Ja, ich hab's nicht gemerkt. Ich hab erst gemerkt, dass ich schon tot war. Mann. Oh, jetzt kommen die noch mit dem Chatpack. Oh mein Gott. Ja, okay, Alter. Alter, aber was willst du auch machen, Junge? Ja. Mit diesen Waffen und mit diesem Draxloot, Alter. Ja, Draxloot, Mann. Ja, komm, also ich glaube, wir waren nicht schlecht. Na gut, mein King. Ich würd sagen, das war's mit der Folge. Der Challenge. Ja. Wir haben es alle nicht geschafft, mit mir zu holen, aber sie war krass. Ja, wir haben ja bei zweimal gute Platzierungen geholt. Genau. Beide mal mit Scheißtrek. Was war's mit der Folge? Ich hoffe, ihr hattet Spaß anzusehen. Lasst gerne einen Like und einen Abonnenten. Dann würd ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Ja, genau. Ja. Genau, dann würd ich sagen, hau da rein. Ciao, ciao. Tschüssi. Wusstest du denn auch nicht, es geht gut, das hab ich. Gut, das hab ich. Es geht gut, das hab ich.